So, willkommen zurück zu Command & Conquer Remastered auf Seiten der Bruderschaft. Wir sind in der Elfenbeinküste angekommen. Und wir haben jetzt die Aufgabe, den nuklearen Stangstoff der GDI zu klauen. Micromanagement! Micromanagement! Micro! Nein, nein, nein! Boah, wie ich das jetzt schon hasse wieder. Also wir müssen mit einer Einheit die Kiste einsammeln und damit können wir mit irgendeiner anderen zum Hubschrauber rennen. Micromanagement! Micro! 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 Micro scheiße jo alles klar ihr blöden wichser ja genau genau erst mal gucken wo die basis da ist ziberium da ist die basis interessant ist übrigens ihr seht dieses rote fahnenkreuz dieses ziel mit kreis gerade das gibt es theoretisch mit kreis also mit ja genau es gibt das gibt es immer mit kreis aber auch ohne striche und ohne strich heißt dass die reichweite ist und mit striche heißt das ist nicht okay hier bin ich definitiv falsch so mal gucken was jetzt passiert und da wo ist denn dieses ding kann ich neu starten da wenn das jetzt komplett von vorne wieder an prassen krassen so Recher auf, in Ordnung. Jawohl, Sir. Recher auf, bestätigt. Jawohl, Sir. Einheit verloren. In Ordnung. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl! Jawohl, Sir! Einheit verloren! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Ja, mach weiter vor... Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Alter. Das fuckt mich ab diesen... ấtag ich mich jetzt schon wieder ab, ey! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! So. Ah, Zürich, sind die Soldaten. Aber auch nicht. Ja, ich bin schon dabei! Ich hab's ja so ein bisschen... Ja, ich hab's ja nicht mehr... Arme können wir können können... Ja, ich hab's ja nicht mehr... Ja, ich hab's ja nicht mehr... Ja. Jawohl, Sir! Bestätigt! Recher auf! Bestätigt! Jawohl, Sir! Bestätigt! Nein, ganz gut rum! Ihr Deppen! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! So, heute machen wir erst einmal hier... Jawohl, Sir! 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 Bestätigt! Bestätigt! Jawohl, Sir! Würdest du bitte auch angreifen? Sofort! Ich gehe auf! In Ordnung! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Ent Ordnung! In Clash, werk! Das was endet gemeint! Ich weiß hinterher nicht, wo der Hubschrauber enden ist! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Ich hab ne Vermutung, dass der hier oben irgendwo landet. Ich versuch's einfach mal. Nein. Zack, rein. So, wo ist der Sprengkopf? Da unten ist er. Da unten ist der Sprengkopf. Boah, Alter. Reche auf. In Ordnung. In Ordnung. Jawohl, Sir. So. Reche auf. Reche auf. Einheit verloren. Verständig. Reche auf. Komm, schieß. Tschüss, sie ist auch kaputt. Jetzt fahr da hin. Jawohl, Sir. Einheit verloren. Da kommt... Da. 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 Lauf. Lauf, Junge. Lauf. Schon dabei. Lauf. Jawohl, Sir. Reche auf. Lauf. Lauf. Scheiße. Fuck. Jawohl, Sir. In Ordnung. Lauf. Lauf. In Ordnung. Jawohl. Jawohl. Nein. Nein. Schon dabei. Einheit verloren. Nein. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann echt nicht wahr sein. Nein. Fuck. Jawohl, Sir. Okay. Okay. Dann weiß ich fürs nächste Mal Bescheid. Scheiße. Boah, ist das, ist das ein Rotz, ist das eine Scheiß-Missione. Jawohl, Sir. So. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Den stellen wir mal hinten weg. Jawohl, reche auf. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Alter. Das ist das und die nächste Mission wird auch nicht besser. Wenn ich Pech habe, kriege ich die Scheiß-Orga-Mission. Jawohl, Sir. Ja, hier kommt. Einheit verloren. Jawohl. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Ja, genau. Zack. Weg mit euch. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Das Problem ist, ich weiß nie, was ich zuerst schicken soll. Soll ich erst die Soldaten reinschicken, dann sterben die in den Granadieren. Wenn die Panzer zu langsam hinterherkommen, weil es die langsame Panzer, wie ihr seht, breche auf, breche auf, breche auf, in Ordnung, breche auf, breche auf, in Ordnung, breche auf, breche auf, breche auf, breche auf, breche auf, in Ordnung, breche auf, breche auf, breche auf. Ich fahr mit dem Buggy, ach ne, den kann ich gar nicht, hehehe. Einheit verloren. Jawohl, reche auf. Einheit verloren. Wo fährt der jetzt der Panzer, der scheiß Panzer? Jawohl, Sir. In Ordnung, in Ordnung. Jawohl, Sir. Wow, nein, ich hätte ruhig zu müssen. Jawohl, Sir, reche auf. Einheit verloren. Bestätigt, bestätigt, in Ordnung, breche auf, breche auf, breche auf, in Ordnung. Jawohl, Sir. Hast du auch für mich zu verfolgen, bitte? In Ordnung, in Ordnung, jawohl, Sir, bestätigt, jawohl, Sir, breche auf, nein. Jawohl, Sir, bestätigt, in Ordnung. Breche auf, geht klar, Sir, schon dabei. Einheit verloren. Breche auf, in Ordnung, schon dabei. Sofort, Sir, breche auf, breche auf, breche auf, in Ordnung. Sofort, Sir, breche auf, sofort, Sir, schon dabei. In Ordnung, schon dabei. Geht klar, Sir, in Ordnung, breche auf, breche auf, breche auf, Verstärkungen sind eingetroffen. Jawohl, Sir, sofort, Sir, jawohl, Sir, einsatzziele. Oh, ich hab's geschafft, Alter. Fuck die Henne, boah, ist das eine scheiß Mission gewesen. Boah, alter, leck mich, leck mich, du scheiß Mission, ey, boah, alter, ich hasse diese Mission. So, jetzt haben wir den ganzen Norden Afrikas erobert. Okay, ich glaube, ist diese Mission, oder ist diese? Das hab ich nicht gespeichert vorher, ne? Fuck! Ah, nehmen wir die hier, Zentralafrikanische Republik. Ne, die war das nicht. Ah, schade, ich komm auch nicht mehr zu. Naja, gut, dann ist es jetzt halt so. Tja, dich hält ja wohl gar nichts auf, wie? Aber Kane ist wohl doch nicht so beeindruckt von dir, wie ich dachte. Er hat dich abkommandiert zu einer simplen Propagandamission. Nein. Genau die Mission wollte ich nicht haben. Das Problem ist, dass vor dem Dorf läuft ein Fluss entlang. Und auf diesem Fluss kreuzt es ein Rackkreuzer. Gut, dürfte es eigentlich nicht so schwer sein. Ich glaube, das Problem ist ja, in die Basis erst mal wieder reinzukommen. Glaube ich. Okay. Jawohl, Sir! Recher auf! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! So. In Ordnung! Geht's hier erst mal raus. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Bestätigt! In Ordnung! In Ordnung! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! In Ordnung! So. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! So. In Ordnung! Ich könnte natürlich auch mal gucken, ob ich die ganze Basis erobere. Jawohl, Sir! Was ist da? Soldat. Jawohl, Sir! Recher auf! Einheit verloren! In Ordnung! Jawohl, Sir! In Ordnung! Jawohl, Sir! Boah, nimm diesen scheiß Fackeltüfen da raus. Jawohl, Sir! Wenn die sterben, dann geht meine ganze Armee drauf. Jawohl, Sir! Schon dabei! Breche auf! Jawohl, Sir! Einheit verloren! Jawohl, Sir! In Ordnung! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Breche auf! Geht klar, Sir! Schon dabei! Jawohl, Sir! In Ordnung! Wo läuft der denn? Da rum läuft der. Einheit verloren! Jawohl, Sir! Sofort, Sir! Jawohl, Sir! In Ordnung! In Ordnung! Bestätigt! Jawohl, Sir! Recher auf! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Sofort, Sir! A-B-B-B-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F Hm. Wie mache ich das jetzt? Warte mal. Schick mal einen Junior mal vorbei. Schauen, was passiert. So eine Fackel. Der muss nur einmal schießen. Einmal schießen. Nein! Hast du auch nett. Du bist ein Rack Zero. Ah. In Ordnung. Schon dabei. Einheit verloren. Jawohl, klar. Einheit verloren. In Ordnung. Schon dabei. Und ich glaube, die Gänze auf alles drauf, ne? Jawohl. Einheit verloren. Ja. Kann ich nochmal neu machen. Äh, habe ich nicht automatisch gespeichert? Nein, der macht kein Auto. Ich weiß ja, der Penner. Ah, was ist das? Aber warte mal, da war noch rechts rum ein Weg. Da gehe ich auch mal lang. Jawohl, Zahl. Recher auf. Bestätigt. Geh mal hier rum. In Ordnung. Recher auf. Hrrr. Bestätigt. Recher auf. Bestätigt. In Klasse. Jawohl, Zahl. In Ordnung. Schauen wir mal an. Brecher auf. Brecher auf. In Ordnung. In Ordnung. So. Jawohl, Zahl. Jawohl, Zahl. Jawohl, Zahl. Jawohl, Zahl. Breche auf. Nein, ihr seid die Fackelseite. Support, Sir. Jawohl, Zahl. Breche auf. Geht klar, Sir. Breche auf. Geht klar, Sir. In Ordnung. Breche auf. Gut. Jawohl, Zahl. Support, Sir. Einheit verloren. Was? Jawohl, Sir. Jawohl, Zahl. Jawohl, Zahl. Jawohl, Zahl. Breche auf. Einheit verloren. Jawohl, Zahl. Jawohl, Zahl. Jawohl, Zahl. In Ordnung. Jawohl, Zahl. Jawohl, Zahl. Jawohl, Zahl. Bestätigt. Jawohl, Zahl. Er stirbt jetzt. Einheit verloren. Breche auf. Jawohl, Zahl. Breche auf. In Ordnung. Schon dabei. So. In Ordnung. Jawohl, Zahl. Jawohl, Zahl. Jawohl, Zahl. In Ordnung. Jawohl, Zahl. Jawohl, Zahl. Jawohl, Zahl. Jawohl, Zahl. Sofort, Sir. Sofort, Sir. Sofort, Sir. Breche auf. Jawohl, Zahl. Jawohl, Zahl. Einheit verloren. Jawohl, Zahl. Jawohl, Zahl. Jawohl, Zahl. Jawohl, Zahl. Jawohl, Zahn. In Ordnung. Besteht dich. Besteht dich. Geht klar, Sir. Geht klar, Sir. Geht klar, Sir. Sofort, Sir. Geht klar, Sir. Breche auf. Breche auf. In Ordnung. Einheit verloren. Jawohl, Sir. Okay, jetzt könnte ich vielleicht die Granadiere wegkriegen. In Ordnung. Geht klar, Sir. Geht klar, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Breche auf. Breche auf. Breche auf. Geht klar, Sir. Schon dabei. Breche auf. Geht klar, Sir. Sofort, Sir. Jawohl. Sir. Öhm. Breche auf. Schon dabei. Schon dabei. In Ordnung. Da ist der Orca. Schon dabei. Nein, nicht, nicht, nicht angreifen. Bist du denn des Wahnsinns? Jawohl, Sir. Breche auf. Jawohl, Sir. In Ordnung. Gut, ich will jetzt nur eben gucken, ob ich den Orca noch kriege. Jawohl, Sir. Breche auf. Bestätigt. Bestätigt. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Sofort, Sir. Einheit verloren. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Einheit verloren. Jawohl, Sir. Ich wollte schon mal die Ingenieure rein. So, warte mal. Das speichere ich jetzt erstmal mal eben ab. Und ich würde sagen, dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Warte mal, LP. Speichern. Jawohl. Alles klar. Dann danke ich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann jetzt erst morgen wieder. Ich werde jetzt nachher noch ein bisschen auf Vorrat aufnehmen, damit wir dann ein bisschen Puff haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.